Aller guten Dinge sind drei. Spitzenrestaurant, stilvolle Appartements und das traditionelle Weingut. Das Gut selbst, ein außergewöhnliches Arrangement aus altem Gewölbe, modernem Design und einer einzigartigen Atmosphäre. So ist übrigens auch die Küche von Haugenkoch Max Stiegl. Er kreiert wahre Kunst in seinem Restaurant und hat seine ganz eigene Linie geschaffen. Traditionelles und Klassisches wird mit viel Innovation à la Max zum kulinarischen Kunstwerk. Was wäre Purbach ohne Birgit und Halil und ihrem zauberhaften heurigen Sandhofer? Unsere Speisen sind im Lauf der Zeit gewachsen. Also das ist nicht etwas, was wir irgendwie so aus dem Ärmel geschüttelt haben oder irgendwie so gesagt haben, jetzt machen wir das, sondern es ist im Lauf der Zeit so geworden. Eine kleine Vermischung aus heimischen Produkten mit mediterranem Flair. Ich würde das irgendwie so bezeichnen. F Busan-Ach-Ach-Ach-Ach-Ach-Ach-Ach-Gammer In der Showküche von Oliver Wiegand können die Gäste richtig zuschauen, wie mit viel Kreativität und Fingerspitzengefühl kulinarische Köstlichkeiten gezaubert werden. So zum Beispiel die Kartoffelspecklinsensuppe mit Krammelknödel und danach gibt es einen gebackenen Ziegenfrischkäse in Honigpfeffer mit lauwarmen Kürbis-Linusensalat. Inmitten von Weinbergen am Rande des Leitergebirges hat das Kloster am Spitz eine absolute Traumlage. Der fantastische Blick geht über ganz Purbach und man zieht bis zum Neusiedlersee und weiter. Das panonische Lebensgefühl findet sich hier im Kloster am Spitz nicht nur in der Philosophie des Hauses, sondern ist auch in jedem einzelnen Bereich der Trilogie von Weingut, Restaurant und Hotel zu spüren. Das war's für heute, bis zum Neusiedlersee. 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 Bis zum nächsten Mal.